hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest der sitz des triumvirats anzunehmen bei prophet fehlern auf der vindicab die zurzeit über mac ave schwebt ob man die quest an den anderen positionen von der vindicab auch annehmen kann kann ich jetzt nicht sagen ich werde es auch nicht testen nehmen die quest gleich mal an und dann darf ich ein bisschen abwarten an dieser stelle der hinweis dass falls euch meine videos helfen dürft ihr gerne einen daumen hoch geben was mich auch freuen wird ist wenn ihr mich abonniert da bin ich dann besonders motiviert weitere quests aufzunehmen und hochzuladen nachdem man die quest angenommen hat und aleria aufgetaucht ist darf man sie ansprechen an dieser position wir alle beschreiten einen pfad wählt den eurigen und dann die sprechplasse hier anklicken behaltet stets der verdunkelte naru pulsiert von leeren energie er ist jetzt ein leuchtfeuer die diese macht für ihre eigenen zwecke begehren gab es ein kurzes video nun darf man wieder ein bisschen warten die quest ist abzugeben bei prophet fehlern auf der vindicab an dieser position die schwebt zurzeit über mac ave wie beim quest annehmen schon erwähnt kann ich nicht sagen ob es auf den anderen vindicars abzugeben ist also in den anderen gebieten wie vorhin erwähnt falls euch das video geholfen hat gerne einen daumen hoch und oder abonnieren würde mich sehr freuen und ihr würdet mir dadurch helfen ich für meinen teil hoffe ich konnte euch helfen die quest abzuschliessen ciao ciao Bis zum nächsten Mal.